Was soll man einkaufen vor Damenbesuch? Wenn du nicht daheim hast, vielleicht ein paar Kerzen oder wenn du sparen möchtest, ein paar Teelichter. Da gibt es beim Ikea-Teelichter mit ein bisschen Duft. Sonst kaufst du so Rosenblätter und kaufst eine Schüssel, damit es gut rücht. Dann ein bisschen so einen Raumduft. Zum Beispiel einen Flieder, dass du ein bisschen sprühst, damit es gut riecht. Dann solltest du kaufen, wenn du nicht hast, ein Parfum. Sprühst du auf, damit du gut riechst. Und vielleicht ein DVD, das muss ich gemeinsam anschauen. Oh mein Gott.